Also wir sind Hersteller und Produzent im Rollsportbereich, haben uns schon seit ganz ganz vielen Jahren, über 20 Jahre im Skateboardbereich und Longboardbereich spezialisiert. Uns unterscheidet das von vielen anderen Herstellern, dass wir eigene Molds haben, das heißt wir produzieren wirklich selber. Wir gehen also nicht zum Chinesen hin, das ist ja kein Geheimnis, dass in China produziert wird. Wir gehen nicht hin und sagen so, das gefällt uns ganz gut, machen uns mal unser Logo drauf und dann nehmen wir das Produkt, sondern wir entwickeln wirklich selber. Wir haben natürlich Produkte, die laufen seit Jahren durch, da verändern wir nichts, weil es Bestseller sind, wie zum Beispiel im Kinderbereich sind wir ab 24 Zoll, 26, 28 Zoll zu Hause und da kreieren wir die Designs selber, aber das Mold selber, was wir vor Jahren entwickelt haben, ist ein Klassiker, läuft weiter. Während wir in der Longboard-Szene immer wieder neue Molds auflegen, also im Formenbau auch zu Hause sind und in der Entwicklung und Prüfen, Engineering, alles bei uns hier in Deutschland selber machen. Das unterscheidet uns von vielen anderen Herstellern, die es sich leicht gemacht haben in den letzten zehn Jahren, einfach per Online sich eine Produktionsserie anzuschauen und sagen, ja, das nehmen wir da unser Logo drauf und dann geht das in Verkauf und da sind wir halt Spezialisten in dieser Nische. Ja, wir kommen also jetzt zum dritten Mal zur Messe nach Leipzig und die ersten beiden Mal haben uns super wohl gefühlt, muss ich auch mal sagen an dieser Stelle. Ganz, ganz tolle Mitarbeiter, die sich also um alles kümmern. Nichts ist ein Problem und das hat uns jetzt auch bewogen, nach der Corona-Zeit einfach wieder zu sagen, kommt, wir machen es, wir probieren es einfach mal wieder aus. Und wir haben in der Glashalle unseren Stand und eine Aktionsfläche dazu, wie auch in den anderen zwei Jahren zuvor. Und wir werden auch der Aktionsfläche den Kindern die Möglichkeit geben, in aller Ruhe mal die Produkte auszuprobieren. Und wir haben auch einen Stuntsfood-Trainer da vor Ort, der ein bisschen Pylonentraining macht, so ein bisschen so ganz leichte Übungen, um den Kindern mal zu erklären, wie stehe ich denn richtig auf dem Roller, wie stehe ich richtig auf dem Skateboard, wie hole ich Schwung. Diese Fläche wird mit Manzgittern ummantelt sein, sodass die Kinder geschützt in dieser Fläche stehen und nicht von links und rechts dann einer reinläuft. Und das bieten wir halt während der gesamten Fläche an, dass das gesamte Material getestet werden kann und auch auf Wunsch wird gezeigt, wie es benutzt werden kann.